An einer Schule im Deutschen Kaiserreich Guten Morgen, Herr Dr. Basch! Guten Morgen wird Ihnen gleich vergehen. Setzen! Zählen zwei Dinge. Gehorsam und Disziplin. Bis eines Tages ein neuer Lehrer kommt. Mein Name ist Konrad Koch. Ich bin dein Englisch-Teacher. Und er bringt etwas mit. This is a ball. A foot. Das bis dahin in Deutschland völlig unbekannt ist. Fuß, Ball? Versuchen Sie es mal. Lassen Sie mal so richtig Dampf ab. Fast. Protection. Ich suche den Kaiser. Natürlich. To defend. To defend. To attack. To attack. Ich bestehe darauf, dass wir uns ein Bild machen von diesem Unterricht. Oh! Dieses Spiel wollte nichts aus den sinnlichen Verfahren unserer Jugend. Es sieht so aus, als fühlte sich das Deutsche Kaiserreich durch unser Spiel in seinen Grundfesten erschüttert. Und jetzt? Diese Kugel verschwindet aus der Schule. Sonst verschwinden Sie. Falls Sie sich allerdings dazu entschließen würden, außerhalb des Schulunterrichts Fußball zu spielen, dann könnte es natürlich sein, dass ich Ihnen rein zufällig bei einem Spaziergang begegne. Es ist Ihre Entscheidung. Ich bewundere Ihren Mut. Haben Sie an die Konsequenzen für die Schüler gedacht? Wo warst du? Lassen Sie mich sofort runter! Machen Sie die Zukunft meines Sohnes nicht kaputt. Mutter, du sollst es uns mal anschauen, wenn wir spielen. Du wärst stolz auf mich. In diesem Spiel können Sie alles gewinnen oder alles verlieren. Du kannst mich zu nichts mehr zwingen. Jeder, der diesen Raum verlässt, fliegt von der Schule. Happy Hooray, Boys! Happy Hooray! Der ganz große Traum Demnächst im Kino